ja und willkommen zu einer alleinigen Runde warum weil um von der der PC kaputt gemacht wurde ist von ihrem kleinen Bruder wir haben uns hier ja schön eingegraben anscheinend deswegen grabe ich jetzt einfach ich grabe ich mach hier jetzt mal etwas was wir hätten lange machen tun sollen und zwar ich werde hier das Zuckerrohr anpflanzen pflanzen pflanze pflanze ähm werde hier auch eine Kerstin stellen leider konnte sie jetzt nicht mitkommen ja weil wie gesagt ähm ja geht ja nicht so ich gehe jetzt strip meinen boah es deckt auch ein bisschen aber ich habe ja auch jetzt warte mal warte mal ich kann das ausmachen ähm ja so ich werde jetzt auch nur eine Folge aufnehmen oder zwei nein boah ich lasse das glaube ich mal in einer Folge warte ich brauche meinen Wassereimer ach nee geht ja nicht aha oder haben wir da draußen noch irgendwo Wasser ähm ist da draußen noch Wasser ist da Wasser ist da ist da Wasser wenn da überhaupt irgendwo draußen ist ja da ist draußen hier war doch irgendwo Wasser äh da war ja hier ist Wasser da gehe ich jetzt nicht hoch ne ne ähm und wieder mit Fayscam hallo boah ich habe heute kröme Rücke ja ähm dann muss ich damit auskommen ach der ist knapp dumm dumm der ist knapp und mein PC ist jetzt hart am Röhren und ich merke gerade dass mein Schwert kaputt ist oder halb kaputt oder komplett oder keine Ahnung und ich bin jetzt am Diafarm Diafarm und Kohle und alles was wir noch so brauchen nja ich mach da draußen ich mach daraus durch nicht eine Folge da war das ist jetzt echt wird er so hart ist wie jetzt gut wow 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 nicht von hinten Kollege von hinten ist unfair da sind Diafarm das ist schön da ist ein Skelett das ist nicht so schön nein geh lass mich in Ruhe oh scheiße ich geh zurück und hol mir erstmal ein Schwert und mach mir erstmal ein Schwert besser gesagt oh alter das Geräusch geht jetzt gerade ein bisschen auf die Nerven das von meinem PC vor allem ist das so ungewohnt aber es liegt an mir das ist meine Schuld meine Schuld meine Schuld meine Schuld ne hat er jetzt die Diafarm weggesprengt ich schwör eins zwei Nusuki hat sich ja gelohnt warte mal nom 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 ok und ja irgendwie scheiße dass jetzt JJ nicht kann aber ja tut mir jetzt auch leid aber wir brauchen Diaz und das ist jetzt auch ein bisschen wichtig dass wir jetzt schnell Diaz finden weil nachher haben wir irgendwie keine Diaz und müssen dann gegen jemanden mit Full Dia kämpfen und wir wollten also Finn wollte mit uns kämpfen also weil irgendwie bekommt jetzt jeder wirklich Lust also ich bekomme auch Lust zu kämpfen und zu töten aber da höre ich doch lieber mal auf meine Freundin und sag mir ne erst wenn Full Dia und das ziehen wir jetzt durch ja ich werde jetzt halt nur ein bisschen Stripmine und Stripmine und Stripmine ihr könnt die Folge auch gerne überspringen das würde ich euch nicht zumuten das wird auch eine komplette Folge oder ich werde nur 15 Minuten daraus machen und dann halt warte ich kann jetzt auch mal ja ich frage mal ob sie skypen kann weil mir ist ja schon langweilig oder ich frage ob irgendjemand skypen kann auf dem TS kann ich nicht weil da hört sich dann wieder doppelt und das wäre scheiße und dann hört man euch nicht und das ist das ist keine Kacke ähm ja komm hier muss doch irgendwas sein Redstone Kohle ne Höhle da geh ich mal kurz ah da seh ich doch was Gravel ein Idiot der mich nervt ich hab auch nicht mehr Sortex drin falls das jemanden gerade erst auffällt das ist ein anderes PvP das ist ein PvP Tector Pack das heißt Jove PvP das benutzt auch hat auch Nazco benutzt er ist ja Nazco ist ja jetzt tot wenn ihr diese Folge seht ist Nazco schon längst tot und ich glaube eher auch das Projekt zu Ende hier sind Dias ein Dia können wir uns noch ein Dia-Schwitzacke machen juhu meine fucking Scheiße Fallt in die Lava Fall in die Lava okay ich geh mal wieder zurück ähm ich weiß wir könnten es auch mit Koordinaten wiederfinden also ich und JJ aber darauf haben wir beide keinen Bock weil wir Angst haben dass dann irgendwie die Koordinaten dann rauskommen und dann wir halt fighten müssen und da wir ja noch nicht Full Dia sind haben wir nicht so Lust drauf wir haben generell keine Lust zu kämpfen also ich hab ein bisschen Lust aber hab auch ein bisschen Angst das ist also bisschen bisschen komisch komisch das war meine Spitzhacke dann nehme ich doch lieber Stein mit ich brate jetzt mal ein bisschen Eisen ähm da ist der Ofen da kann ich mir gleich eine Eisenspitzhacke machen dumm da dumm da dumm ja ja ähm oh kacke Essen ist ja auch wichtig dann erst Essen und dann Eisen weil verrottet das Fleisch esse ich nicht kannst du vergesse das werde ich niemals esse würde schon gerne verrottetes Fleisch in echt essen ganz ehrlich wer würde das machen von euch wer sagt es mir wer oder ich nehme auch nur 15 Minuten auf also eine eine Folge weil mir ist ja eine Folge abhanden gekommen und ich habe auch kein Plan wo die ist ich habe auch keinen Plan wie jetzt die Reihenfolge ist also es könnte sein dass die Reihenfolge von dem Video so ein bisschen kacke jetzt ist weil ich habe echt kein Plan wie es jetzt war und ähm ich blick da echt nicht mehr durch also tut mir leid wenn jetzt eine Folge anders ist oder eine Folge dazwischen gerutscht ist ich habe den Durchblick verloren ich voll idiot und ja es tut mir leid ich habe das gestern um 0 Uhr versucht wieder hinzukriegen dass es die richtige Reihenfolge ist oder ich lass es bei 30 Minuten kein Bock ähm und dann habe ich halt versucht und versucht und versucht und gesucht und versucht und dann habe ich gedacht es wird nix es wird nix es wird nix es wird nix dann habt ihr heute mal nur mich der labert ich könnte jetzt eigentlich auch warte ich könnte jetzt eigentlich auch theoretische Musik hören höre ich mich halt nicht so gut oder warte so obwohl nein kein Bock egal dann kann ich halt meinen Minecraft Sound an machen kann ich auch machen könnte ich ich habe jetzt irgendwie brauche halt die Kopfhörer aufzuhaben ich weiß nicht warum die Folge ist jetzt auch not dringend aufgenommen weil gleich ist äh Internet weg oder in drei Stunden oder zwei Stunden dann ist halt Internet weg und dann habe ich halt auch keine Zeit mehr aufzunehmen und ich muss ja auch noch hochladen ich habe jetzt halt irgendeine Reihenfolge genommen wo ich dachte wo ich denke dass sie richtig ist wenn sie nicht richtig ist dann tut es mir leid das tut mir dann echt leid das kann ich dann nicht mehr umändern außer ich würde jetzt alle Videos nochmal löschen richtig reintun und das wäre dann zu aufwendig oder hättet ihr Bock darauf ich weiß jetzt auch nicht ob man mich richtig in der Facecam sieht was mir eigentlich jetzt auch gerade schnuppelt mir ist eh gerade echt nicht zum Aufnehmen zumute aber ich mache es damit ich noch Folgen für euch habe damit ihr nicht so verdrängt werdet so ich gucke mir keiner hinterher oder gucke mir halt nichts Gegnerhaftes hinterher ein bisschen Kohle kann ich mitnehmen naja das reicht wir müssen jetzt halt Dias suchen und das ist jetzt halt die Hauptpriorität und ja weil wir brauchen also ich brauche noch Schuhe JJ braucht noch einen Helm deswegen ähm brauchen wir jetzt Dias dringend sehr sehr dringend und aufpassen dass ich nicht die Klafa platziere mhm ich war auch vorhin äh gerade eben noch im TS mit Martin und ähm ne Moderator oder ne Moderatorin von Gentytown und ja hab mit dem ein bisschen gequatscht bin oft auf Shantytown gestorben ähm ja bin gestorben mehr hab ich eigentlich nicht gemacht also Hauptaufgabe bei Shantytown sterben bei mir das ist Hauptaufgabe hab irgendwie immer den Drang auf Servern zu sterben wo man halt immer wieder respawnt wo es eigentlich egal ist ob man Sachen verliert oder nicht hier respawnt man ja nicht und hier darf man ja auch nicht mehr respawn man wird halt gebannt und dann war's das und das ist echt eine Herausforderung ich bin jetzt auch irgendwie aufgeregt und ich will schnellstmöglich wieder weg vom Server weil ich hab Angst ich hab ehrlich gesagt echt Angst ohne JJ also nicht ich hab Angst ich hab Angst ich 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 überleg grad ob ich die Folge jetzt einfach einfach beende und dann einfach so lasse weil ich will jetzt auch nicht sterben ohne mein Team wenn dann mit Team sterben wenn ich sterben muss aber ohne Team sterben ist scheiße na komm noch Dias nein mein PC beruhigt sich auch grad da bekomm ich ne Twitter Nachricht aber ich hab Twitter nicht mal auf lol ähm ja ähm ähm Dias 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 also es tut mir jetzt leid wenn es euch langweilig ist könnt ihr einfach abschelten es ist Formalität halt ich möchte halt jetzt ne Folge bringen und das ist das einzige was ich machen kann ohne JJ jetzt brauche ich schon wieder ne Spitzhacke mich scheißen Nachricht von jetzt kriegst du auch am Handy erst jetzt machst du immer so aber auch irgendwie komisch mein Handy bekommt vom Computer äh Internet aber trotzdem kommen die Nachrichten viel viel später an das auch irgendwie total verwirrend 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 ich dachte grad ich hätte kein Holz mehr ich hab heute auch ein Modpack ausprobiert das war dieses Please Ignore Test Pack da was es bei Feed the Beast und bei Technik Launcher gibt und ja ich war jetzt eigentlich nur darauf dass JJ schreibt aber anscheinend ist ihr Internet weg oder sie hat irgendwas zu tun ihr Internet ist weg weil sie bekommt nicht mal die Nachricht also ist ihr Internet weg oder ihr Handy aus äh ja dann dann komm Dias ich will jetzt Dias ich will wenigstens noch einen oder so hab ich wenigstens ein bisschen was in der Folge geschafft also es ist jetzt immer langweiliger Dias zu finden weil man findet sie halt aber in der ersten Folge Dias, Dias, Dias meine Stimme ist auch jetzt auch ein bisschen verkackt das tut mir jetzt leid es ist halt auch ein bisschen spät und so gesund bin ich auch nun wieder nicht gerade in diesem Moment bin ich nicht so gesund also so ich bin ein bisschen krank sagen wir es so ich bin ein bisschen krank auch nur ein kleines bisschen meine Nase juckt Dias 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 Baby ich brauche Dias nix Lava Dias wieso ist hier der Creeper explodiert achso ok explodiert wie so ist der Gefühle kaputt das Loch treffen danke so fand ich das grad hier oh ne sag mir jetzt nicht da kommt ne Horde wenn da ne Horde kommt dann vermisse ich mich gleich wieder aber darauf hab ich grad echt keinen Bock ja guten Tag guten Tag kann ich mein Schwert haben danke ich versuch jetzt ernsthaft nicht zu sterben wegen weil mein Team jetzt nicht da ist ach Gott sei Dank Alter geht weg ihr Hobbylosen kommt da noch irgendjemand nein hoffe ich ich geh jetzt auch wieder zurück und beende dann die Folge warte mal so ach ich weiß jetzt echt nicht wie lange ich aufnehme und das ist mir eigentlich auch scheißegal ich werd das jetzt nur hektisch machen weil Folgeknappheit und ja das ist jetzt halt jetzt so ne also entschuldigt das bitte also bitte entschuldigt das ähm ich mach ein Schild weil wenn da ein Schild dran ist darf das niemand klauen wenn doch wird diese Person gewandt weil das Schild ist Eigentum vom Team und wenn das Team halt jetzt nicht da ist und das Schild geklaut wird oder abgerissen wird das hatte ich das hatten wir das hatte ich auch mal Hashtag Team Hashtag Team Un Ungeschickt Wer laut äh laut dann so so also ich verabschied mich jetzt dann mal von euch und sag dann mal tschüss und tut mir leid für diese jetzt total voll verpeilte Folge aber es muss sein wir müssen ja mindestens einmal auf dem Server also einer vom Team und ja also also ich möchte immer einmal auf dem Server pro Tag und dann haben wir auch ein bisschen was bisschen mehr haben wir auch ein bisschen kleinen Vorsprung auch wenn wir jetzt nicht da sind also wo habe ich das ca. 8 Stunden in der Kiste ja also tschüss Vielen Dank.